Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der Krieg wird sich zunächst auf preußischem Brunnen abspielen. Welche Politik schlagen Sie gegenüber Preußen vor? Deutschlands Unabhängigkeit wiederherzustellen, die Einwohner schonen, um sie als Verbündete gegen Napoleon zu gewinnen. Zuallererst muss man dieser Hofkammerin ja klar machen, warum wir besiegt worden sind. Menschliche Größe besteht darin, sich mit den Tatsachen abzufinden. Majestät, Sie sind es der Tatsachenschaft. Untertitelung des ZDF für funk, 2017